Hallo wieder herzlich willkommen bei Betzmann Galwanek. Hier wollte ich noch mal ganz kurz einen kleinen Tipp geben zur Teilbeschichtung. In dem Fall sind es jetzt Mundstücke aus Silber, die gibt es natürlich in Edelstahl oder in Messing. Letztendlich ist wichtig die Hochglanz zu polieren, weil unten sind die meistens ziemlich zerkratzt. Von dem her wäre ein Polierer nicht schlecht oder wenn die hier schon stark abgenutzt sind, dass man die poliert. Und dann geht es ums Thema Teilbeschichten und ich nehme hier immer ein ganz normales, simples Isolierband. Auf trockener Fläche haftet es sehr gut, wickelt es hier einmal drum herum und dann wollte der Kunde letztendlich nur hier den Rand und den Innenteil beschichtet haben. Und so sieht das aus. Wie gesagt, man kann als Alternative bei der Teilbeschichtung auch einen sogenannten Maskierstift nehmen, einen Abdeckstift. Das ist wie so ein flüssiger Leim. Den kann man dann hier drüber schmieren. Letztendlich, wenn der trocken ist, habe ich die feinen Strukturen und kann dann letztendlich beschichten und danach ruppelt man den ab wie ein Radiergummi. Oder man nimmt farbigen Nagellack. Das ist natürlich nicht schlecht, weil dann sieht man auch, welche Fläche man ablackiert hat und nicht. Weil wenn ich einen Transparenten nehme, sehe ich dann halt am Schluss, dass ich vielleicht irgendwo was vergessen habe. Und am Schluss zieht man es einfach ab und dann sieht es so aus. Also wie gesagt, ziemlich unkompliziert. Einfach hier unten ein Isolierband herumkleben, gut haftend. Und dann beschichten und am Schluss wieder abziehen. Wenn man jetzt natürlich ein klein bisschen hier unten rein vergoldet hätte, kann man es natürlich mit dem Schleiftrimmel wieder wegpolieren. Von dem her ist es jetzt nicht so dramatisch. Das ist machbar und möglich. Wie gesagt, entweder Isolierband. Es gibt natürlich auch Plotterfolie aus dem Computer, wenn ich jetzt glatte Flächen habe, wo ich dann vielleicht noch Motive ausplottern möchte. Totenkopf oder Feuerstrahl oder irgendwelche Flammenoptik. Oder ich klebe es mit Isolierband ab, schneide oder klebe eine Folie drüber und schneide es mit dem Skalpell aus. Oder letztendlich mit einem farbigen Nagellack und am Schluss mit Aceton entfernen. Der beschädigt die Fläche nicht. Also das ist komplett säureempfindlich, auch andere Beschichtungen. Da kann man ruhig mit Aceton dran. Wer noch weitere Fragen hat, gerne kontaktieren unter info at betzmann-galvanic.de